Du hast bestimmt auf YouTube schon mal die sogenannten Infokarten gesehen, diese kleinen I's, die man oben rechts im Video hat, wo man dann auf andere Videos, auf Playlisten, auf Kanäle, auf Webseiten außerhalb von YouTube und so weiter kommen kann. Wie man die erstellt, das möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen, denn das hat sich jetzt mit dem neuen YouTube-Studio geändert. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wir schauen uns jetzt einmal an, wie du Infokarten zu deinem YouTube-Video im neuen YouTube-Studio hinzufügst. Wenn du dein Video hochgeladen hast, dann gehst du hier auf Details und findest hier unten rechts diesen Button Infokarten. Wenn du da drauf klickst, kommst du in das Infokarten-Menü. Und hier haben wir die Möglichkeit, zu jeglichen Stellen von deinem Video Infokarten hinzuzufügen. Dafür gehst du an die entsprechend richtige Stelle, sagen wir mal, hier soll eine Infokarte eingefügt werden und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine der vier verschiedenen Infokarten-Typen hinzuzufügen. Wir können eine Infokarte zu einem Video hinzufügen, zu einer Playliste. Wir können einen Kanal verlinken, das ist ein anderer Kanal als unserer eigener, also wenn wir irgendeinen anderen Kanal verlinken wollen. Und wir können auch einen Link zu unserer Webseite hinzufügen. Es kann sein, dass du nicht die Möglichkeit hast, Links hinzuzufügen. Dafür musst du YouTube-Partner sein, um diese Möglichkeit zu haben. Schauen wir uns jetzt mal die vier Optionen nacheinander an. Wenn wir ein Video hinzufügen wollen, klicken wir darauf und dann sehen wir hier direkt schon unsere letzten Videos und können hier oben auch einfach in die Suchleiste, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie Videoschnittprogramm eingebe, dann fängt er schon an zu suchen und ich sehe hier nur Videos von mir zum Thema Videoschnittprogramm und so weiter. Also hier können wir eigene Videos von uns wählen. Oder wir haben die Möglichkeit, alle Videos auf YouTube zu durchsuchen. Wenn wir ein Video von einem anderen Kanal auswählen wollen, dann können wir das hier machen. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass du hier nur Videos auswählen kannst, die nicht auf Privat geschaltet sind. Das heißt, du kannst hier nur öffentliche Videos von dir auswählen oder Videos, die nicht gelistet sind. Wenn du private Videos auswählst, funktioniert das nicht. Wählen wir jetzt einfach mal mein letztes Video aus und dann sehen wir hier direkt schon, hat er das hinzugefügt. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, einmal, nachdem wir ausgewählt haben, welches Video wir genommen haben, eine benutzdefinierte Nachricht und einen benutzdefinierten Teaser-Text hinzuzufügen. Das ist das, was hier oben steht. Wir können das einfach freilassen, diese beiden Feldern. Dann ist das ganz normal, so wie es jetzt schon angezeigt wird. Wir kriegen hier einfach empfohlen und dann den Videotitel und hier auch den Videotitel. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, hier irgendwas hinzuschreiben. Und ich schreibe jetzt mal irgendwie hier verschiedene Sachen hin. Und dann sehen wir, hier oben erscheint direkt schon diese benutzdefinierte Nachricht darüber. Und dieser Teaser-Text ist das, was hier oben rechts erscheint. Und da können wir auch irgendeine Nachricht von uns hinschreiben. Wie gesagt, wenn wir das Ganze leer lassen, dann steht da empfohlen und dann der Titel von dem entsprechenden YouTube-Video. Also hier kannst du ein Video von dir, ein Video von jemand anderem hinzufügen und so weiter. Außerdem haben wir hier noch die Möglichkeit, diese Infokarte von der Position auch zu verschieben. Also wir können die Stelle quasi, die Infokarte ist immer im Video da. Also auch wenn ich jetzt hier irgendwie oben rechts auf das I klicken würde, würde ich das immer sehen. Aber an dieser Stelle vom Video kommt dann wirklich hier auch dieser Text oben rechts reingefahren. Also gerade wenn du es wirklich im Video irgendwas erwähnst, solltest du das natürlich an der entsprechenden Stelle dann auch die Infokarte einbauen. Gehen wir jetzt mal an eine zweite Stelle und fügen eine neue Infokarte hinzu. Dafür wählen wir hier Plus-Infokarte aus und kam jetzt wieder die Möglichkeit, einen von diesen vier Infokartentypen auszuwählen. Nehmen wir mal Typ Nummer 2, die Playlist. Und hier sehen wir zunächst einmal unsere Playlisten und wir können aber auch wieder alle Playlisten auf YouTube durchsuchen. Einfach nach dem Playlist-Namen suchen, um die entsprechende Playlist auszuwählen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier diese Playlist-Tipps für YouTube-Anfänger und da haben wir wieder genau das gleiche Spiel wie eben. Nur das ist eben diesmal eine Playlist. Wir haben wieder empfohlen, da stehen, wenn wir einen eigenen Teaser-Text eingeben, dann sehen wir, dass hier oben der Text erscheint, den wir eingeben. Und wir können auch wieder eine benutzdefinierte Nachricht eingeben, wenn wir das hier öffnen. Und hier sieht man schon, jetzt haben wir hier nämlich beide Infokarten. So funktioniert es immer mit Infokarten, dass man alle Infokarten rechts hat. Man kann eben nur einfach eine Stelle bestimmen, wo eben dieser kleine Text dann oben rechts erscheint. Schauen wir uns den nächsten Infokartentyp an und das ist der Kanal. Hier können wir auf einen Kanal von jemand anderem verlinken. Idealerweise, wir können aber auch unseren eigenen Kanal verlinken, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so geht YouTube eingebe, finde ich das hier auch direkt. Und hier ist es aber ganz wichtig, hier fügt er uns nicht automatisch benutzt definierte Nachrichten oder Teaser-Texte ein. Also diese Sachen, die wir hier haben, hier müssen wir beides hinzufügen. Also zum Beispiel, schau dir auch diesen Kanal an und hier müssen wir aufpassen, hier haben wir nur eine gewisse Zeichengrenze bei beidem. Wir sind jetzt auch hier drüber, was wir an dieser roten Umrandung sehen. Also müsste man das irgendwie kürzer machen. Irgendwie gucken, dass man da drunter kommt. So geht's und so haben wir jetzt hier diesen Text. Hier können wir auch irgendwas hinschreiben und dann steht das eben oben rechts, bevor wir hier draufklicken, wo man dann draufklicken kann. Und zu guter Letzt haben wir noch die Möglichkeit, einen Link zu einer Webseite von uns einzufügen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir, und er sagt uns das auch schon, zu genehmigten Websites einfügen. Du musst erstmal noch deine Webseite genehmigen lassen. Falls du nicht weißt, wie das funktioniert, dann klick mal hier oben rechts auf den Link. In dem Video habe ich erklärt, wie das Ganze geht. Also meine genehmigte Webseite ist zum Beispiel www.sogehtyoutube.de Jetzt seht ihr auch, genehmigte Webseite können wir machen. Wir können jetzt auch Slash und dann irgendwelche Sachen machen. Also zum Beispiel Slash Webinar und dann kommt man eben auf die Seite mit unserem Webinar. Und wenn ich das jetzt mal auf Übernehmen gehe, dann holt ihr auch sich direkt, falls ihr auf der Seite ein Bild finden kann, fügt ihr uns hier Dateien an. In dem Fall ist das nicht der Fall. Hier können wir aber auch einfach selber eine Datei auswählen und die hochladen. Hier sagt er uns, gibt es verschiedene Dateiformate. Weil bei einem YouTube-Video können wir hier sehen, haben wir hier bei einem Kanal oder bei einem Video ein Vorschaubild. Für die Webseite können wir dort eben ein eigenes Vorschaubild auswählen. Müssen das auch machen. Dann können wir in der Infokarte noch einen Titel geben, einen Call-to-Action, einen Teaser-Text. Der Teaser-Text ist wieder das, was hier oben rechts angezeigt wird. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel zur Webseite hinschreibe, dann sehen wir, dass hier oben rechts zur Webseite hingeschrieben wird. Und Titel der Infokarte und Call-to-Action sind die beiden Sachen, die hier stehen. Also hier kann ich zum Beispiel Webinar hinschreiben und dann steht hier Webinar. Und der Call-to-Action ist dann das, wo man wirklich draufklicken kann. Also hier, keine Ahnung, kann ich sowas schreiben wie hier klicken oder so. Und dann kann man hier draufklicken und dann kommt man eben zu der entsprechenden Webseite. Und wie gesagt, hier muss man noch ein Bild einfügen, sonst lässt er uns das nicht hier einfügen. Was auch ganz wichtig ist natürlich, hier haben wir jetzt zwei Infokarten zur gleichen Zeit. Das ist nicht ideal. Du solltest immer schauen, dass die einen gewissen Abstand haben, die Infokarten, damit auch wirklich alle Infokarten-Teaser oben rechts erscheinen. Und wenn du eine Infokarte wieder löschen möchtest, dann gehst du hier einfach auf dieses Mülleimer-Symbol und dann ist die Infokarte wieder gelöscht. Wenn wir fertig sind, klicken wir hier oben auf Speichern und dann war es das im Endeffekt. So kannst du Infokarten hinzufügen. Wichtige Sache noch, du kannst nicht unendlich Infokarten zu deinem Video hinzufügen. Das Maximum sind hier fünf Infokarten. Ich hoffe, jetzt konntest du Infokarten in deine Videos einfügen. Es gibt aber natürlich nicht nur Infokarten, sondern auch die sogenannten Endcards. Endcards sind das, was man am Ende vom Video sieht, wie zum Beispiel das hier neben mir. Und wenn du jetzt auf dieses Video klickst, dann erfährst du auch, wie man diese Endcards macht. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan. Das war's von mir. Tschüss. 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 Vielen Dank.